Ja, herzlich willkommen zu den CIA TV News aus dem September. Deutschland. Hamburger Polizei bestiehlt Hanfläden. In St. Pauli. Beamte der Hamburger Polizei haben am Montagmittag drei Hanfläden durchsucht, die sogenannte CBD-Produkte anbieten. Der Handel und Umgang mit solchen CBD-Produkten ist leider in Deutschland immer noch trotz eindeutiger EU-Gesetze umstritten, unklar und somit willkürlich. Der Polizei sind diese Läden offenbar ein Dorn im Auge. Warum, bleibt leider ein Rätsel. Daher veranstaltet die Polizei weiterhin auf Anraten von unerfahrenen Staatsanwälten und Richtern Razzien in erfolgreichen Start-ups, deren Ergebnisse noch unbekannt sind. Die Ermittlungen laufen noch, so die Polizei. Betreiber und Kunden sind verstört und fassungslos über so viel Willkür, die ausgeübt wird, ohne dass es irgendwelche Opfer oder Schädigungen gibt. Israel. Drohne lässt Cannabispäckchen regnen. Eine Drohne hat am Donnerstag hunderte Cannabispäckchen über den Rabienplatz in Tel Aviv herunterregnen lassen. Dutzende Menschen haben sich auf die Ware gestürzt und sie freudig eingesammelt. Initiator dieser Aktion ist die Green Drone Telegram-Gruppe, die sich für die Legalisierung von Cannabis in Israel einsetzt. Ihr Slogan ist Free Love, Freie Liebe. Vor der Aktion hatten die Verantwortlichen auf Telegram eine Nachricht verschickt, in der sie ihr Vorhaben ankündigten. Es ist Zeit, meine lieben Brüder. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist die grüne Drohne, die vom Himmel aus gratis Cannabis verteilt. Genießt es, meine geliebten Brüder, heißt es in der Nachricht. Laut Jerusalem Post wurde in den Medien berichtet, dass nach dem Cannabis-Regen zwei 30-Jährige festgenommen wurden, welche die Drohne angeblich gesteuert haben sollen. Pakistan. Pakistan plant die Hanferzeugung mit Blick auf den globalen Cannabis-Markt. Pakistan hat Pläne vorgestellt, die eine industrielle Produktion von Hanf ermöglichen sollen und hofft, dass Landwirte und Unternehmen sich im konservativen islamischen Land den lukrativen globalen Cannabis-Markt erschließen können. Der Minister für Wirtschaft und Technologie sagte, dass zunächst die Regierung die Hanferzeugung kontrollieren werde, aber es ist auch angedacht, dass private Unternehmen und Landwirte zu einem späteren Zeitpunkt dazu kommen dürfen. Er fügt hinzu, dass Hanf den Landwirten eine tragfähige Alternative bieten kann, da die Baumwollproduktion in Pakistan aufgrund verschiedener Faktoren sehr zurückging. Enormer Schaden nach Razzia bei Hanfzüchter. Vor den Trümmern ihrer Existenz stehen die Eigentümer einer Hanfzuchtfirma in Ebertalszell. In ihrer Produktionshalle fand eine unglaubliche Razzia statt, bei der sämtliche Pflanzen gekappt und Einrichtungsgegenstände nicht nur konfisziert wurden, sondern regelrecht zerstört. Der finanzielle Schaden liegt zwischen 200.000 und 500.000 Euro, ganz abgesehen von dem Schock, welchen das Pärchen erlitt. Hier wurden unschuldige Gewerbetreibende ruiniert, betonen die beiden Unternehmer, da nicht einmal eine Begründung im Durchsuchungsbeschluss steht, werden hier wohl offensichtlich Steuergelder verprasst. Wir haben nichts Illegales produziert. Vor 14 Tagen erst hat uns die Polizei nach einer Kontrolle bestätigt, dass alles in Ordnung ist und jetzt so etwas kann Miteigentümer Patrick Stimmeder die überfallartigen Beschlagnahmungen nicht verstehen. Nicht einmal theoretisch könnte man in unserem Pflanzen-THC finden, pflichtet ihm Kompanion Fred Burgholz dabei. Ihre offizielle betriebene Aufzucht sei für heimische Hanfshops, in denen Produkte wie Hanföl, Hanfcreme oder Lebensmittel auf Hanfbasis verkauft werden, vorgesehen gewesen. Doch jetzt ist alles kaputt. Jahrelange Aufbauarbeit wurde mit einem Schlag vernichtet. Eine überschließende Aktion, vielleicht aus Unkenntnis, so Stimmeder. Beide wurden von der Staatsanwalt nicht als Beschuldigte geführt. Bei ihrem Geschäftsführer Robert S. gab es allerdings eine Hausdurchsuchung. Es besteht der Verdacht, dass THC-haltige Pflanzen gezüchtet, angebaut oder weiterverarbeitet wurden, so Behördensprecherin Barbara Rumpelmeier. Ergebnis liegen aber noch keine vor. Ja, dann haben wir noch die Schweiz. Parlament gibt grünes Licht für Cannabis-Pilotversuche. Die Idee stammt vom Bundesrat. Pilotversuche sollen zur kontrollierten Abgabe von Cannabis erlaubt werden, allerdings unter strengen Auflagen. So muss der Kreis der Studienteilnehmer auf über 18-jährige Cannabiskonsumenten beschränkt sein. Während den Studien sollen sie eng begleitet und ihr gesundheitlicher Zustand stetig überwacht werden. Das Parlament hat sich bereits für einen Experimentierartikel im Betäubungsmittelgesetz ausgesprochen. Der Nationalrat wollte bei den Studien konsequent auf Schweizer Bio-Hampf setzen. Der Rat ist am Mittwoch umgeschwenkt. Er gibt sich mit den abgeschwächten Bestimmungen des Ständerates zufrieden, wenn möglich auf hiesige Produkte zurückzugreifen. Auf dem politischen Parkett wird seit Jahrzehnten über Cannabis gestritten. In letzter Zeit mehrten sich die Stimmen, die sich für eine Regulierung aussprechen. Die eidgenössische Kommission für Suchtfragen etwa forderte, dass Cannabiskonsum nicht mehr bestraft und der Markt reguliert wird. Mit dem Pilotversuch schlägt der Bundesrat einen Mittelweg vor. Indien. In Indien. Polizisten beschlagnahmten 160 Kilogramm Cannabis und verkauften es weiter. Wie die indische Hindustan Times berichtet, sollen die vier Beamten aus Neu-Delhi des illegalen Drogenhandels überführt worden sein. Die Männer hätten bei einer Hausdurchsuchung vor mehr als zwei Wochen rund 160 Kilogramm Cannabis beschlagnahmt. Jedoch sei nur ein Kilogramm davon bei der Behörde gemeldet worden. Die restlichen 159 Kilogramm sollen die Beamten auf eigene Faust weiterverkauft haben. Der Profit sei untereinander aufgeteilt worden. Der zuvor verhaftete Dealer habe die Männer mit umgerechnet 1750 Euro bestochen, um die Sache zu regeln. Dann sei der Händler wieder entlassen worden. Auch in Deutschland, im Polizeistaat Bayern, werden nach einem Drogenskandal bei 18 Beamten die Wohnungen durchsucht. Der Drogensumpf ist tiefer als gedacht. Leider werden viel zu wenig dieser Fälle bekannt. Ja, und dann noch eine Meldung aus Frankreich. Endlich stellt sich die Polizei Frankreichs gegen die Maßnahmen der Regierung. Das Gleiche wäre bei Cannabis auch schon längst an der Zeit. Und wir bitten auch in anderen Ländern, die Polizei da mitzumachen. Ja, und hier noch eine Meldung in eigener Sache. Schaut nach deinem fettesten Gewinnspiel bei Instagram. Wir blenden den Tag auch nochmal ein. Und Facebook, das könnte sich lohnen. Ja, und damit sind wir schon am Ende dieser News. Bleibt gesund, abonniert uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Baba. 料berberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberber